Erst Lichterfest, dann Feuerwerk, im Kurpark Bad Krotzingen wird gefeiert. Lichterglanz im Kurpark, 15.000 Kerzen und 1.000 Bambuslatanen werden beim Lichterfest entzündet. Foto, Barbara Schmidt Ach, sehnen wir uns in Zeiten von nüchternen Stromsparbirnen, kühlen LED-Leuchten und veralteten Neonröhren nicht alle nach ein wenig Romantik? Tun wir. Und deshalb ist und bleibt ein Lichterfest mit tausenden warmflackernden und zerzüngelnden echten Kerzen, die ihren Schein ins Dunkel der Nacht zaubern, einfach ein Höhepunkt im Festkalender. Wenn das Lichterfest zudem noch in einem schönen Park wie dem Kurpark in Bad Krotzingen stattfindet, ist der Erfolg quasi garantiert. Am Samstag, 15. Juli, verwandelt sich der Kurpark mit mehr als 15.000 Kerzen und 1.000 japanischen Bambuslaternen in ein Funkel in dies Lichtermeer. Dazu gibt's Tanzmusik und geschmückte Lauben, in denen Vereine Essen und Getränke anbieten. Remedemi ist am Sonntag, 16. Juli, beim bunten Unterhaltungs- und Familienprogramm geboten mit Hüpfburg, Kindereisenbahn, Trampolin, Karussell und historischen Traktoren, Flohmarkt sowie einer Kinderparty mit den Akrobatik-Clowns Alex und Yoshi im Kurhaus. Den Schlusspunkt setzt ein großes Feuerwerk gegen 23 Uhr. Weitere Infos Lichterfest, Bad Krotzingen, Kurpark, Samstag, 15. Juli, 15 bis 1 Uhr, Sonntag 11 bis 1 Uhr, www.bad-krotzingen.info Mehr Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen.